und zum spieltag natürlich werden die ganz ganz alten becher aus dem stadion wieder herangezogen Gerasi, ja, bleibt trotzdem am Ball, schön gesehen, Ruo, schippt das Ding rein, Gerasi, da ist es wieder, Seru Gerasi, 1 zu 0 Oh Junge, das ist ja komplett, es ist, sorry, aber ey, das ist zu krass und der leitet das Ding komplett selber ein Eiskalter Kopfball, 1 zu 0, Saisontor 14 Saisontor 14 und das Tor macht er halt gefühlt selbst, der hat den Ball da, irgendwo 30, 25 Meter vorm Tor hat er den Ball, verliert ihn kurz, holt ihn zurück spielt ihn zurück auf Ruo und zeigt sofort an, Kollege, ich laufe jetzt hier in die Mitte rein, Ruo sieht es, bringt eine traumhafte Flanke kein Verteidiger, der Gerasi richtig mitläuft und köpft da eiskalt und irgendwo auch mehr oder minder ungefähr nicht ein Wahnsinn, Wahnsinn Wir führen bei Union Berlin Saisontor 14 von Seru Gerasi Das kannst du keinem mehr erzählen und wieder ein schönes Tor, ne, ist ja auch das Thema bei Gerasi, der macht ja keine Tap-Ins, der macht ja keine der hat nicht von 14 Toren irgendwie 8, 11 Meter Das war wunderschön, legt den Ball raus auf Ruo, sagt so, Kollege, da laufe ich hin, da spielst du hin, geiler Ball Ruo, perfekt reingeköpft, das war wieder ein schönes Tor Gerasi runter, trotzdem getroffen, alles entspannt Jetzt müssen wir halt darauf abwarten, was das genau ist Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, wo ich sag, wie gesagt, nimm lieber jetzt schnell runter und lass ihn auskurieren, bevor er sich heute nochmal irgendwie schwerer verletzt Ist das wirklich ein Ausfall oder kann er gegen Hoffenheim wieder? Da ist jetzt das abzuwarten Die 14 von 25 erkläre ich dir gerne Ich habe am ersten Spieltag gegen Bochum beim ersten Saisontor von Gerasi ins Mikrofon, in die Kamera reingebrüllt, 1 von 25 Ich habe mich irgendwie darauf festgelegt, dass der 25 Saisontore macht, so aus Spaß vor der Saison Jetzt steht er gerade bei 14 von 25 Saisontoren Da ist halt auch so viel Sicherheit drin in den Pässen Wenn unsere Passquote ist ja eh bockstark, die von Stiller, glaube ich, mit einer der Besten der Bundesliga Als Gesamtteam einer der Besten der Bundesliga Eine Sicherheit drin, eine Klarheit drin, Präzision Das ist einfach auch wichtig dann, auch in so Spielen, in so Phasen Wo halt mal ein dummer Fehler und dummer Pass auf einmal zum 1-1 von Union rausläuft, ne? Das ist diese Ruhe, diese Sicherheit, das Selbstbewusstsein Selbstsicherheit, brutal wichtig, die wir gerade haben Mio, Undaf, kommt nicht, Hans, Silas, aber Silas, geh, geh! Ja! Ja! Geil! Silas auch mal eiskalt Schöner Schritt nochmal drüber Und dann lange Ecke, 2-0 Boah, ist das geil! Das 2-0 hat so gefehlt Das 2-0 hat für die Sicherheit im Spiel so gefehlt Wie gesagt, vielleicht kommt ja ein Konter, da ist er Ist den halben Schritt früher dran als der Unioner Macht Übersteiger, da liegt Rönner schon auf dem Boden Lange Ecke, eiskalt drin Geil! Geil, geil, geil! Boah, ist das wichtig! Eiskalt, wirklich eiskalt! Man könnte fast sagen, wir lernen von Gerasi Das ist ein Treffer, wie Gerasi machen würde Macht doch den einen Haken, den einen halben Übersteiger Mit der Keeper auf dem Boden, leg den haut ein eiskalt rein Gerasi-esk, sag ich mal Geil, freu mich auch für Silas Dem fehlt auch oft das Endprodukt Und da ist es mal da Oh, Gerasi ist bei Silas Guck, da ist es im Jubel Boah, junger Vater, 2-0 bei Union Das sieht hier schon alles sehr, sehr gut aus damit Karasor fängt ab Stenzel Zurück Boah, schön gesehen rechts Jong Flanke kommt 3-0 3-0 Union in the mud 3-0 Deniz und darf Jungs, da oben rechts Bei mir, so gesehen oben links In dieser Anzeige Steht ein fucking Warte kurz Jetzt Steht ein fucking 3-0 bei Union Berlin Jogi, 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 Jogi Das Das wird wieder Das wird wieder bis morgen Oder bis Montag brauchen Bis ich das wieder So ganz für mich Ganz für mich raff Was hier wieder passiert Ist das geil Ich meine, so Tore fallen dann halt, ne Aus Unionssicht Die machen auf Hinten Bisschen Bisschen weniger am Start Machen auf Nach vorne Ball abgefangen Ist aber auch wieder so traumhaft rausgespielt, ne Ballgewinn Die freien Räume gesehen Der Ball rechts runter auf Jiong Ist richtig geil gewesen Ich weiß nicht, von wem der war Die Flanke ist Wie bei Ruhr Auf Gerasi In der ersten Halb Dann war die Flanke auch ein Traum Auf Undaf Genau perfekt Der ist halt auch in der Mitte Komplett blank Köpf lange Ecke Easy 3-0 Das ist halt auch Wunderschön rausgespielt Jedes Mal aufs Neue Mittelstadt Geil Stark Mittelstadt Und alle klatschen ab Das ist das Geile 90 plus 4 90 plus 4 Alle klatschen sich ab Weil Mittelstadt noch ein Eckball rausgrätscht Weltklasse Wirklich Die Mannschaft ist so komplett da Mann Ich hab's vor dem Spiel gesagt Es tut so unsagbar gut Gegen Union zu gewinnen Erster Sieg gegen die Bundesliga Insgesamt Natürlich auch der erste auswärts Dann Und das halt direkt mit dem 3-0 Sechs Bundesliga-Siege am Stück Auch sechs Stück mit mindestens Zwei Toren Unterschied Wir bauen quasi Geholte Rekorde Auch noch aus Mittlerweile Klar Gerasi Bisschen schade Trotzdem getroffen Auch das Wunderschön rausgespielt Schöne Flanke Schöner Kopfball Bei ihm Tipp ich mal War es nur eine Vorsichtsmaßnahme Müssen wir abwarten Was genau passiert Aber es hat sich so schlimm Als dass er jetzt Wochen ausfällt Oder so Das meine ich damit Und es geht ja auch ohne ihn Hat man ja gemerkt Silas am Ende Eiskalt Fast für ihn Untypisch Eiskalt Das 2-0 Richtig geil Das dritte Ähnlich wie das erste Schön rausgespielt Hat einer Zeit zum Flanken Bringt die Flanke Wunderschön Und auf 3-0 Das ist unglaublich Von dem Ergebnis her Klar Also wir haben den Sieg 100% verdient Darum geht es nicht Aber Es fallen die zwei Tore Vielleicht noch durch Dass das Union aufmacht Wir können Konter ausspielen Also Ein 2-0 Oder von mir sogar Ein 1 Das hätte auch gereicht Aber am Ende Tag ist er trotzdem Ein Sieg Also ist auch drauf geschissen Wie Es ist unfassbar Unfassbar Nur Leverkusen vor uns Wir bleiben Zweiter 3-0 Sieg bei Union Das wird wir ein bisschen brauchen Bis ich das auch komplett Irgendwie Realisiert habe Wahrscheinlich wird es brauchen Bis Morgen Abend Bis Montag Oder sowas Weil es ist alles so surreal Es ist alles so surreal Schön Selbst so ein So ein Verein Gegen den es immer scheiße lief Schlagen wir mit 3-0 Mit 3-0 Ich gehe nochmal Die Leveling Chance Gerade vor mir Auf dem Bildschirm Hätte sogar noch höher Ausgehen können Oder schon früher Das 2-0 stehen können Unfassbar Unfassbar Was wir hier für einen Lauf haben Das ist Unbeschreibbar Und Warum soll es nicht weitergehen Nächste Woche Hoffenheim zu Hause Das Duell der zwei Überraschungsmannschaften Wobei die jetzt ja auch heute Verloren haben Scheinbar gegen Frankfurt Also da muss auch was gehen Generell ja noch Unter Hoeneß Kein Heimspiel verloren In der Bundesliga Hoeneß sowieso Seitdem er da ist Wir haben über 2 Punkte Unter dem Das ist komplett absurd Habe es vorhin auch mal gesagt Ich habe ja noch drauf geschaut Und geschaut Boah gut dass Darmstadt verliert Gut dass Bochum verliert Für einen Abstiegskampf Da sind wir ja gerade Nicht mal ansatzweise Das ist immer noch das Grundziel Die 40 Punkte Oder auch ein bisschen weniger Als 40 Punkte Für einen sicheren Klassenerhalt Und einen frühen Sicheren Klassenerhalt Das bleibt weiter das Ziel Aber wir sind ja gerade 15, 16, 17 Punkte Vor dem ganzen Abstiegskampf da unten Vor Platz 16, 15, 17 Das ist komplett absurd Danach Union zu Hause Auch noch im Pokal Lass das einfach Für immer so weitergehen Lass es so weitergehen Abgekocht Selbstbewusst Selbstsicher Eiskalt 3-0 Bei Union runtergespielt Kompletter Vollwahnsinn Gerne eure Meinung Euer Spielfazit In den Kommentaren Ja Das ist Das Das wird mir ein bisschen dauern Das zu Das zu Das zu verdauen Aber halt diesmal Endlich im positiven Sinn Und nicht für die letzten Jahre Immer wieder In dem negativen Sinn Spiel zu verdauen Sondern im positiven Sinn Und auch deswegen Sag ich auch oft Haben wir uns das alle verdient Was haben wir letzte Jahre Für Scheiße fressen müssen Am laufenden Band Fürs letzte Jahrzehnt Scheiße fressen müssen Am laufenden Band Deswegen genießen Genießen Genießen